Er spricht immer so, er spricht immer so. Ich will einen Fettel auf den Kahn und ihm ein Zut. Don Rickles ist bekannt für seinen scharfen Verstand und seinen beißenden Humor. Sein Stil war kühn, furchtlos und oft umstritten, was ihm den Titel Mr. Warmth einbrachte. Ein ironischer Scherz. Doch hinter der Fassade des Beleidigungskomikers verbarg sich ein Mann mit tiefer Loyalität und Zuneigung, insbesondere zu seinem Freund Johnny Carson. Auf Sendung waren ihre Interaktionen eine Meisterklasse in komödiantischem Timing und gegenseitigem Spott. Hinter den Kulissen teilten Carson und Rickles einen tiefen Respekt und eine echte Freundschaft, die Jahrzehnte andauerte. Erforschen Sie mit uns die überraschende Tiefe seiner Beziehung zu Johnny Carson und entdecken Sie den Mann hinter dem Lachen, ein Zeugnis für die zeitlosen Bande, die Comedy schaffen kann. Don Rickles, der Mann hinter den Lachern. Don Rickles wurde in den wilden Twentier-Jahren geboren und war dazu bestimmt, der Welt der Comedy seinen Stempel aufzudrücken. In einer bescheidenen Familie aufgewachsen, war sein frühes Leben weit entfernt vom Glanz und Glamour Hollywoods. Seine prägenden Jahre waren geprägt von den typischen Höhen und Tiefen einer amerikanischen Mittelklasse-Familie. In den belebten Vierteln von New York entdeckte der junge Don Rickles zum ersten Mal sein Talent für Humor und Unterhaltung. Nachdem er während des Zweiten Weltkriegs in der US Navy gedient hatte, strebte er eine Karriere im Showgeschäft an. Rickles begann seine Reise als Schauspieler, indem er an der American Academy of Dramatic Arts studierte. Es dauerte jedoch nicht lange, bis er erkannte, dass seine wahre Leidenschaft darin lag, Menschen zum Lachen zu bringen. In den 1950er Jahren wagte er den Schritt in die Welt der Stand-up-Comedy, ein Schritt, der sein Leben und die Landschaft der Comedy für immer verändern sollte. Sein Stil war, gelinde gesagt, einzigartig. Er war nicht der typische Witzerzähler, der sich auf geskriptete Gags verließ. Stattdessen setzte er auf eine spontanere, auf Beleidigungen basierende Form der Comedy. Sein Witz war messerscharf, seine Zunge schnell und er konnte jede Situation in einen urkomischen, wenn auch leicht ätzenden Witz verwandeln. Was ihn wirklich auszeichnete, war seine Fähigkeit, jemanden zu beleidigen und ihn trotzdem zum Lachen zu bringen, sodass er das Gefühl hatte, zu einem exklusiven Club zu gehören. In den ersten Tagen war der Erfolg für Rickels nicht einfach. Er trat in kleinen Clubs auf, oft vor einem schwierigen Publikum, das nicht leicht zu beeindrucken war. Doch Rickels blieb hartnäckig und verfeinerte sein Handwerk Abend für Abend. Sein Durchbruch kam, als er begann im Fernsehen aufzutreten, zu einer Zeit, als das Fernsehen die amerikanische Unterhaltung veränderte. Sein einzigartiger Stil passte genau da hinein. Einer seiner bemerkenswertesten Fernsehauftritte war in der Toneight Show Starring Johnny Carson. Rickels Auftritte in Carsons Show brachten seine Brillanz zum Vorschein. Die Chemie zwischen ihm und Carson stimmte und Rickels schnelle Sprüche und Carsons tadelloses Timing sorgten für unvergessliche Fernsehmomente. Diese Auftritte katapultierten Rickels zu Ruhm und festigten seinen Platz in der Comedy-Geschichte. Carson, selbst eine Legende, hatte ein Händchen dafür, Talente zu erkennen. Und er erkannte in Rickels etwas Besonderes. Der Komiker wurde zum Stammgast in der Show, wo seine einzigartige Comedy-Mischung zum festen Bestandteil wurde. Und diese Präsenz in der Toneight Show katapultierte ihn zu neuem Ruhm. Doch er war mehr als nur ein lustiger Mann. Abseits der Bühne war er als unglaublich warmherzig und aufrichtig bekannt, ein hingebungsvoller Familienvater, der 1965 seine Frau heiratete und zwei Kinder zeugte. Seine Beziehung zu seiner Tochter Mindy war besonders eng. Mindy, die in die Fußstapfen ihres Vaters im Showgeschäft getreten war, verband eine tiefe Beziehung mit ihrem Vater, die auf gegenseitigem Respekt und Liebe beruhte. Neben der Toneight Show machte sich Rickels durch häufige Auftritte bei den Dean Martin Celebrity Roasts einen Namen. Er spielte die Hauptrolle in seiner eigenen Sitcom CPO Sharky, die von 1976 bis 78 lief. Und seine Filmkarriere umfasste auch bemerkenswerte Rollen in Filmen wie Kelly's Heroes und Casino, die seine große Vielseitigkeit als Schauspieler unter Beweis stellten. Doch obwohl er auf der Bühne als scharfzüngiger Komiker auftrat, wussten diejenigen, die ihn am besten kannten, dass in dem Mann viel mehr steckte. Seine Fähigkeit, sich über Menschen lustig zu machen, ohne sie zu beleidigen, war eine Kunstform für sich. Und er war bekannt für den Ausspruch Ich lache über die Welt, und die meisten Menschen lachen mit mir. Seine Philosophie erlaubte es ihm, den schmalen Grat zwischen Humor und Beleidigung meisterhaft zu beschreiten. Die Sinatra Connection, Freundschaften jenseits der Bühne. Im Pantheon der Showbiz-Legenden gibt es nur wenige Freundschaften, die so ikonisch und faszinierend waren, wie die zwischen Don Rickels und Frank Sinatra. Rickels hatte einen einzigartigen Platz in der Welt der Unterhaltung. Einen Platz, an dem er die unantastbarsten Stars auf die Schippe nehmen und sich dennoch deren unsterbliche Zuneigung und Respekt verdienen konnte. Frank Sinatra, der aalglatte Schnulzensänger und Hollywood-Schwergewicht, und Don Rickels, der freche und schlagfertige Komiker, schienen ein ungleiches Paar zu sein. In einer Show, die ich mit, wie heißt er noch? Oh, Frank Sinatra. Ja, er kam als Überraschung und niemand kümmerte sich darum. Er war ein wunderbarer Mann, möge er in Frieden ruhen. Aber ihre Freundschaft beruhte auf gegenseitiger Bewunderung und einem gemeinsamen Sinn für Humor. Alles begann in den frühen 1950 eher Jahren, als Rickels, ein damals relativ unbekannter Komiker, Sinatra im Publikum eines Nachtclubs in Miami entdeckte. In einem ebenso kühnen wie karrierebestimmenden Schachzug witzelte er »Fühl dich wie zu Hause, Frank. Schlagen Sie jemanden!« Sinatra nahm das nicht übel, sondern brach in Gelächter aus und eine legendäre Freundschaft war geboren. Sinatra war für seine beeindruckende Präsenz und sein manchmal einschüchterndes Auftreten bekannt und war von Rickels furchtloser Herangehensweise bezaubert. Für ihn war Rickels Fähigkeit, sich über ihn und andere in seinem Umfeld lustig zu machen, erfrischend. In einer Welt, in der Schmeicheleien die Norm waren, stach Rickels Frechheit hervor und Sinatra, der oft wegen seiner Verbindungen zur Mafia kritisiert wurde, fand in Rickels einen Freund, der sein Image mit Humor auflockern konnte. Rickels wiederum bewunderte Sinatras Kunstfertigkeit und seine Fähigkeit, ein Publikum zu fesseln, sei es auf der Bühne oder im Film. Ihre Freundschaft blühte im Laufe der Jahre auf, geprägt von humorvollen Momenten und echter Kameradschaft. Sinatra wurde zu einem der größten Unterstützer von Rickels, der ihm oft zu Auftritten verhalf und ihn mit anderen einflussreichen Persönlichkeiten der Unterhaltungsindustrie bekannt machte. Diese Unterstützung trug entscheidend dazu bei, seine Karriere zu neuen Höhen zu führen. Und im Gegenzug wurde Rickels zu einer festen Größe bei Sinatras Auftritten, wo er oft im Publikum zu sehen war und sein Lachen über den Rest hinausschallte. Ihre Verbindung war mehr als nur beruflich, sie war auch sehr persönlich. Die beiden teilten viele private Momente und tauschten Geschichten über ihr Leben, ihre Karrieren und die sich ständig verändernde Landschaft Hollywoods aus. Rickels machte oft Witze über Sinatras Liebesleben und sein berüchtigtes Temperament, aber immer mit einem Grundton der Zuneigung und des Respekts. In der Öffentlichkeit ermahnte Sinatra Rickels spielerisch für seine Beleidigungen. Aber privat schätzte er ihre Freundschaft und ungefilterte Ehrlichkeit. Die Streichkriege zwischen Sinatra und Rickels wurden legendär und verliehen ihrer Beziehung eine neue Dimension. Sinatra, dem es Spaß gemacht hatte, ausgeklügelte Streiche zu inszenieren, ließ Rickels einmal während eines Live-Auftritts verhaften. Als Rickels im Sahara Las Vegas auftrat, erschienen zwei uniformierte Polizeibeamte auf der Bühne, legten ihm Handschellen an und führten ihn aus dem Saal. Der verwirrte Komiker wurde daraufhin zum Sans gefahren, wo er Sinatra inmitten einer glamourösen Menge mit einem verschmitzten Lächeln auf dem Gesicht antraf. Ihre Freundschaft sollte sich auch auf ihr Privatleben erstrecken. Rickels wurde oft zu Sinatras privaten Veranstaltungen eingeladen, bei denen die größten Namen des Showbusiness zusammenkamen, und dort war Rickels nicht nur ein Komiker, sondern auch ein geschätzter Freund, der mit Sinatras scharfem Witz und seiner überlebensgroßen Persönlichkeit mithalten konnte. Sinatra wiederum war Stammgast bei Veranstaltungen der Familie Rickels und zeigte sich von einer sanfteren Seite, die die Öffentlichkeit nur selten zu sehen bekam. Trotz ihrer gegensätzlichen Persönlichkeiten in der Öffentlichkeit hatten Sinatra und Rickels viel mehr gemeinsam. Beide waren Meister ihres Fachs und beherrschten die Bühne mit einer Präsenz, der man sich nur schwer entziehen konnte. Sie teilten ein tiefes Verständnis für die Herausforderungen und den Druck des Ruhms. Und beide waren durch schieres Talent und Entschlossenheit an die Spitze ihres Fachs aufgestiegen. Ihre Freundschaft wurde zu einer Gesellschaft der gegenseitigen Bewunderung, in der jeder das Genie des anderen anerkannte und respektierte. Selbst nach Sinatras Tod im Jahr 1998 sprach Rickels noch liebevoll von Ihem und erzählte oft Anekdoten aus ihrer gemeinsamen Zeit. Rickels war einer der Sargträger bei Sinatras Beerdigung, eine Rolle, die Bände über die Tiefe ihrer Freundschaft sprach. Und für Rickels war Sinatra mehr als nur ein Unterhaltungskollege. Er war ein Waffenbruder, ein Vertrauter und ein geschätzter Freund. Don und Mindy, die Perspektive einer Tochter. In der mit Stars gespickten Erzählung über das Leben von Don Rickels ist das Kapitel mit seiner Tochter Mindy vielleicht das bewegendste und aufschlussreichste. Es beleuchtet eine Seite des Komikers, die die Öffentlichkeit nur selten zu sehen bekam, die eines liebenden und hingebungsvollen Vaters. Mindy Rickels wuchs im Schatten der überragenden Präsenz ihres Vaters in der Welt der Unterhaltung auf. Für sie war Don Rickels jedoch nicht nur ein Händler von Gift, den Spitznamen, den er sich für seinen beißenden Humor verdient hatte, er war einfach ihr Vater. Ein Vater, der trotz seiner steilen Karriere immer Zeit für seine Familie gefunden hatte. Von klein auf war Mindy dem Glanz und Glamour Hollywoods ausgesetzt und begleitete ihren Vater oft zu hochkarätigen Veranstaltungen und Fernsehshows. Diese Erfahrungen waren zwar außergewöhnlich, aber nur ein Teil ihres Alltags. In einer Branche, in der der Ruhm die Familienmitglieder oft entfremden konnte, blieb das Band zwischen Don und Mindy unzerstörbar. Mindy erinnerte sich an ihren Vater als einen Mann der Gegensätze. Auf der Bühne war er furchtlos und zögerte nie, sich über jeden lustig zu machen, unabhängig von seinem Status, aber zu Hause war er sanftmütig, fürsorglich und sehr engagiert in der Erziehung. Eltern und die New Hearts mussten immer zusammen sein. Ich dachte mir, wenn ich groß bin, möchte ich ein anderes Paar haben. Wenn ich verheiratet bin, sind sie unsere besten Freunde, wir reisen mit ihnen und haben so viel Spaß. Er war die Art von Vater, der an Schulveranstaltungen teilnahm, bei den Hausaufgaben half und immer dafür sorgte, dass seine Kinder wussten, dass sie geliebt wurden. Diese Dualität seines Charakters spielte eine wichtige Rolle bei der Gestaltung von Mindys Sicht auf ihren Vater. Sie sah einen Mann, der eine anspruchsvolle Karriere mit seiner Rolle als Familienvater in Einklang bringen konnte. Und es war diese Ausgewogenheit, die dazu beigetragen hatte, eine tiefe Achtung und Bewunderung zwischen Vater und Tochter zu schaffen. Mindy folgte den Fußstapfen ihres Vaters in die Welt des Showbusiness. Sie arbeitete als Schauspielerin und Synchronsprecherin und wirkte in Filmen wie Daddy Dearest und Mercy mit. Ihre Entscheidung, eine Karriere in der Unterhaltungsbranche einzuschlagen, wurde stark von der Leidenschaft ihres Vaters für die Kunst beeinflusst. Don Rickles, der sie immer ermutigte, unterstützte ihre Entscheidungen und gab ihr Ratschläge, die aus seiner großen Erfahrung stammten. Ihre Beziehung ging über die übliche Elternkinddynamik hinaus. Sie waren auch Vertraute und Freunde. Sie begleitete ihn oft zu öffentlichen Veranstaltungen und ihre Interaktionen zeugten von einer spielerischen und liebevollen Beziehung. Wenn Mindy in der Talkshow ihres Vaters auftrat, waren ihre natürliche Chemie und ihr gegenseitiger Respekt offensichtlich. Als Mindy ihren eigenen Weg in der Unterhaltungsbranche einschlug, zeigte sich Dons stolz auf ihre Leistungen. Er war bekannt dafür, ein liebevoller und unterstützender Vater zu sein und sein hartes Äußeres verschwand, wenn es um seine Familie ging. In Interviews sprach er oft liebevoll von seinen Kindern und sein Gesicht erhellte sich, wenn er ihre Namen erwähnte. Mindys Hommage an ihren Vater, die sie fünf Jahre nach seinem Tod schrieb, bietet einen seltenen Einblick in das Privatleben von Don Rickles. In ihrer Würdigung sprach sie von einem Mann, der nicht nur ein unglaubliches Talent, sondern auch ein liebevoller Vater war. Sie betonte seine unerschütterliche Unterstützung, seinen Sinn für Humor und seine Fähigkeit, das Familienleben so normal wie möglich zu gestalten, trotz des Rampenlichts, das ihn ständig umgab. Sie beleuchtete auch die Beziehung ihres Vaters zu Johnny Carson und zeigte eine Seite von Rickles, die die Öffentlichkeit nur selten gesehen hatte. Ihr Vater habe Carson sehr geschätzt und ihn und Frank Sinatra als die beiden Hauptverantwortlichen für seine erfolgreiche Karriere bezeichnet. Seine Bewunderung beruhte auf Gegenseitigkeit, denn Carson und Sinatra bewunderten Don für seine Authentizität und seinen Humor. Die Bindung zwischen Vater und Tochter wäre erstaunlich. Mindys Einblicke offenbarten einen Mann, der trotz seines forschen Auftretens auf der Bühne zu großer Wärme und Zärtlichkeit fähig war. Sie zeichnete das Bild eines Vaters, der, auch wenn er ein Millionenpublikum unterhielt, seine Familie nie aus den Augen verlor. Und das ist das, was wirklich wichtig ist. Ihre Reflexionen über das Leben und die Karriere ihres Vaters vertiefen nicht nur unser Verständnis von Don Rickles als Künstler, sondern auch als Mensch. Ihre Erinnerungen verdeutlichen den Facettenreichtum ihres Vaters, eines legendären Komikers, der auch fürsorglich engagiert und liebevoll war. Die Kunst der Beleidigungskomödie Don Rickles' einzigartiger Stil Don Rickles ist der unbestrittene Meister der Beleidigungskomödie und verwandelte die Kunst des Herabsetzens in ein komödiantisches Handwerk wie kein anderer. Sein Stil wurde zu einem Hochseilakt aus komödiantischem Timing, scharfem Witz und einer unterschwelligen Wärme, die den Beleidigungen das Gefühl gab, ein Abzeichen der Ehre zu sein. Bei der Kunst der Beleidigungskomödie, für die Rickles' Pionierarbeit leistete, ging es nicht nur darum, sich über andere lustig zu machen. Es war ein heikler Balanceakt zwischen Humor, Timing und Verständnis des Publikums. Rickles konnte einen Raum wie ein Buch lesen und seine Sticheleien waren perfekt auf sein Publikum zugeschnitten. Sein Humor war nie willkürlich oder bösartig. Er war kalkuliert, fast chirurgisch in seiner Präzision. Er stammte aus den rauen und oft brutalen Comedyclubs der 50-Air- und 60-Air-Jahre und hatte einen Stil entwickelt, der sowohl konfrontativ als auch charmant war. Im Amerika der Nachkriegszeit, wo die Comedy von sicheren, familienfreundlichen Witzen dominiert wird, war Rickles' Ansatz revolutionär. Er sprengte nicht nur die Grenzen des akzeptablen Humors. Er überschritt sie und schuf eine neue Art von Comedy, die kantig, provokativ und absolut fesselnd war. Rickles' Humor basierte auf seiner Schlagfertigkeit und seiner Fähigkeit zur Improvisation. Seine Interaktionen mit dem Publikum wurden legendär. Er wählte oft einzelne Zuschauer aus und machte sie zum Teil der Show. Von Don Rickles beleidigt zu werden, wurde als ein Übergangsritus betrachtet. Eine gemeinsame Erfahrung, die das Publikum mit ihm und untereinander verband. Die Genialität seiner Comedy lag darin, dass er verstand, dass die Beleidigung nie wirklich persönlich war. Es war ein Akt, eine Persona, die in dem Moment, in dem er die Bühne betrat, in ihn hineingeschlüpft war. Das Publikum verstand dies ohne weiteres. Sie wussten, dass sich hinter den Sticheleien ein Mann verbarg, der sein Publikum aufrichtig liebte und respektierte. Dieses Verständnis erlaubte es Rickles, Dinge zu sagen, die für andere Komiker das Ende ihrer Karriere bedeutet hätten. Doch für ihn selbst hatte es seine Anziehungskraft nur erhöht. Seine Fähigkeit, sich über alle und jeden lustig zu machen, auch über einige der mächtigsten und angesehensten Persönlichkeiten der Gesellschaft, war unübertroffen, und er machte sich mit der gleichen Unerschrockenheit über Präsidenten, Filmstars und sogar Mitglieder der Mafia lustig. Guten Abend, Mr. President. Schön, Sie und Ihre reizende Frau Nancy zu sehen, Sir. Es ist ein großes Vergnügen für mich, den ganzen Weg von Kalifornien hierher zu fliegen, um für so viel Geld hier zu sein. Doch er tat es auf eine Art und Weise, dass selbst seine Opfer nicht anders konnten, als zu lachen. Diese universelle Anziehungskraft war das Markenzeichen seiner Comedy und ein Schlüssel zu seiner anhaltenden Popularität. Was ihn außerdem auszeichnete, war seine Weigerung, sich an ein Drehbuch zu halten. Während andere Comedians sich auf sorgfältig ausgearbeitete Routinen verließen, waren Rickles Auftritte dynamisch und unvorhersehbar. Seine Comedy war wie ein lebendiger Draht, der vor der Energie des Unbekannten knisterte, und jede Show war ein einzigartiges Erlebnis, eine spontane Reise, die von seinem schnellen Verstand und seiner scharfen Zunge geleitet wurde. Seine Comedy bestand jedoch aus viel mehr als nur Beleidigungen. Seine Programme waren gespickt mit Geschichten aus seinem Leben, Beobachtungen über die Welt und Reflexionen über die menschliche Natur, die seinem Humor Tiefe verliehen und ihn von einem bloßen Scherz zu einem Kommentar zu den Absurditäten des Lebens machten. Seine Komödie war ein Spiegel, den er der Gesellschaft vorhielt, und unsere Torheiten und Schwächen mit einem Lachen und einem ärgerlichen Lächeln reflektierte. Hinter den Kulissen war er nicht so, wie er auf der Bühne wirkte. Diejenigen, die ihn kannten, beschrieben ihn als einen Mann, der freundlich, großzügig und sehr fürsorglich war. Dieser Kontrast zwischen dem beleidigenden Komiker auf der Bühne und dem Gentleman hinter der Bühne machte den Reiz von Rickles aus. Fans und Kollegen bewunderten ihn nicht nur für sein komödiantisches Talent, sondern auch für seine Fähigkeit, sich in diesen beiden Welten mit Anmut und Bescheidenheit zu bewegen. Das Vermächtnis von Don Rickles' Insult-Comedy ist weitreichend. Er beeinflusste Generationen von Komikern, die in ihm einen Pionier und jemanden sahen, der es wagte, anders zu sein, und der neu definierte, was Comedy sein könnte. Sein Stil inspirierte zu einer offeneren und raueren Form des Humors und ebnete den Weg für künftige Komiker, die neue Wege des komödiantischen Ausdrucks beschritten. In seiner Karriere, die sich über sechs Jahrzehnte erstreckte, verlor er nie seinen Biss, trat bis weit in seine 80er Jahre hinein auf und blieb so scharfsinnig, witzig und relevant wie eh und je. Seine Langlebigkeit in der oft wankelmütigen Welt des Showbusiness zeugt von seinem Talent, seinem einzigartigen Stil und seiner Fähigkeit, Menschen aus allen Gesellschaftsschichten anzusprechen. Dauerhafte Freundschaften Don Rickles und Bob Newhart Die Freundschaft zwischen Don Rickles und Bob Newhart ist ein Beispiel für die Bande, die in der unberechenbaren Welt des Showbusiness entstehen können. Auf den ersten Blick hätten diese beiden Comedy-Giganten nicht unterschiedlicher sein können. Rickles, der rasante König der Beleidigungskomödie, und Newhart, der Meister des unaufdringlichen trockenen Humors, schienen an den entgegengesetzten Enden des komödiantischen Spektrums zu stehen. Dennoch entwickelte sich ihre unwahrscheinliche Freundschaft zu einer der dauerhaftesten Beziehungen in Hollywood, die von gegenseitigem Respekt, gemeinsamem Lachen und einer tiefen und echten Zuneigung füreinander geprägt ist. Ihre Geschichte beginnt in den 1960er Jahren, im goldenen Zeitalter der amerikanischen Komödie, als sich beide in Clubs und im Fernsehen einen Namen machten. Ihre Wege kreuzten sich zunächst beruflich, aber es dauerte nicht lange, bis sich ihre Beziehung zu einer persönlichen Freundschaft entwickelte. Diese Verbindung beruhte nicht nur auf ihrem gemeinsamen Status als Comedy-Legenden, sondern auch auf einer tiefen Wertschätzung für das Handwerk und die Persönlichkeit des jeweils anderen. Rickles und Newhart fanden Gemeinsamkeiten in ihrer unterschiedlichen Herangehensweise an Comedy. Rickles war bekannt für seinen forschen, unverblümten Stil, während Newhart's Humor subtil war und sich oft auf lange erzählende Witze und stotternden Vortrag stützte. Dieser stilistische Unterschied vertiefte nicht nur ihre Bewunderung füreinander, sondern sie erkannten auch das Talent und die harte Arbeit, die hinter ihrer Leistung steckten, und dieser gegenseitige Respekt bildete die Grundlage für ihre lebenslange Freundschaft. Ihre Kameradschaft kam immer dann zum Tragen, wenn sie gemeinsam in der Öffentlichkeit auftraten, sei es in Talkshows, bei I-Comedy-Veranstaltungen oder bei Interviews. Das Publikum erlebte eine einzigartige Dynamik, bei der Rickles ungestüme Persönlichkeit auf Newhart's ruhiges und zurückhaltendes Auftreten traf. Bei diesen Auftritten zeigte sich oft die natürliche Chemie der beiden und ihre Fähigkeit, sich gegenseitig zum Lachen zu bringen, eine Eigenschaft, die sie bei ihren Fans noch beliebter machte. Und abseits der Bühne war es genauso lebhaft. Rickles und Newhart reisten zusammen mit ihren Familien oft gemeinsam in den Urlaub und nahmen an Familienfeiern teil. Diese persönlichen Momente abseits des Rampenlichts ermöglichten es ihnen, ihre Bindung zu vertiefen. Und sie tauschten Geschichten, Erfahrungen und die Art von Lachen aus, die nur eine wahre Freundschaft hervorbringt. Auch ihre Ehefrauen kamen sich näher, was die Verbindung zwischen den beiden Familien weiter festigte. Einer der aufschlussreichsten Aspekte ihrer Freundschaft war, wie sie mit den unvermeidlichen Sticheleien umgingen, die eine Freundschaft mit sich bringen würde. Newhart, der immer ein guter Sportsmann war, fand sich oft als Zielscheibe von Rickles Witzen wieder, aber diese Sticheleien wurden immer liebevoll vorgetragen und Newhart's Reaktionen, meist eine Kombination aus spöttischer Empörung und echter Belustigung, trugen nur zum Humor bei. Rickles wiederum wusste Newhart's Witz zu schätzen und lobte ihn oft für seine Intelligenz und sein komödiantisches Genie. Die Tiefe ihrer Freundschaft zeigte sich vielleicht am deutlichsten in Zeiten der Härte. Wenn Rickles mit gesundheitlichen Problemen oder persönlichen Verlusten zu kämpfen hatte, war Newhart zur Stelle und spendete Unterstützung und Trost. Diese Unterstützung beruhte auf Gegenseitigkeit, als Newhart mit seinen eigenen Herausforderungen konfrontiert war. Rickles war eine Quelle der Stärke und Ermutigung, ihre Freundschaft eine Konstante in einer Welt, in der Beziehungen oft vergänglich waren und sie erwiesen sich als stabile und messbare Präsenz im Leben des jeweils anderen. Ihre Verbundenheit erstreckte sich auch auf ihr Berufsleben. Rickles und Newhart unterstützten sich gegenseitig in ihrer Karriere, feierten ihre Erfolge und gaben sich Ratschläge in schwierigen Zeiten. Ihre Freundschaft erinnerte daran, dass in der konkurrenzbetonten Welt der Unterhaltung echte Verbundenheit und gegenseitige Unterstützung nicht nur möglich, sondern auch unerlässlich waren. Und auch im Laufe der Jahre ließ ihre Freundschaft nicht nach. Sie traten weiterhin gemeinsam in der Öffentlichkeit auf und teilten ihre Geschichten und ihren Humor mit neuen Generationen von Fans. Selbst als sie älter wurden, blieb ihre Freundschaft so stark und lebendig wie eh und je. Die Dynamik zwischen Don Rickles und Johnny Carson im Rahmen der Tonight Show ist eine fesselnde Episode in der Geschichte des Fernsehens. Diese kultige Late-Night-Sendung, die von dem unvergleichlichen Johnny Carson geleitet wurde, diente als zentrale Bühne für Rickles, auf der seine unverwechselbaren komödiantischen Fähigkeiten Millionen von Menschen erreichten und seinen legendären Status in der Welt der Comedy festigten. Carsons Tonight Show war mehr als bloße Late-Night-Unterhaltung. Sie wurde zu einem kulturellen Prüfstein, der die amerikanische Gesellschaft unauslöschlich prägte. Als Rickles in den 1960er Jahren zum ersten Mal in der Show auftrat, versprühte er einen Wirbelwind an Energie und einen komödiantischen Stil, den es in dieser Sendung noch nie gegeben hatte. Seine Beiträge waren eine unvorhersehbare Mischung aus rasanten Witzen und spielerischen Sticheleien gegen Carson und seine Gäste und wurden schnell zu den am sehnlichsten erwarteten und beliebtesten Momenten der Sendung. Carson, ein vollendeter Meister des Genres, spielte Rickles komödiantische Possen gekonnt aus, wobei er oft Verzweiflung oder Ungläubigkeit über seine Bemerkungen vortäuschte, was den Humor und die Freude an ihrem Austausch noch verstärkte. Die Chemie zwischen Rickles und Carson auf dem Bildschirm wurde legendär und prägte Rickles Präsenz in der Show. Rickles Wirkung in der Toneight Show ging jedoch über seine Interaktionen mit Carson hinaus. Er besaß eine bemerkenswerte Fähigkeit, sich sowohl mit dem Studiopublikum als auch mit dem Publikum zu Hause zu beschäftigen und zu verbinden. Sein Humor, obwohl scharf und bissig, förderte ein Gefühl der Inklusivität und lud die Zuschauer zu einer intimen gemeinsamen Erfahrung ein. Darüber hinaus stellte Rickles seine Vielseitigkeit als Künstler unter Beweis, indem er nahtlos von humorvollem Geplänkel zu herzlichen Anekdoten über sein Leben und seine Karriere überging, was ihn noch sympathischer für das Publikum machte. Mit der Zeit wurde Rickles zu einem beliebten Bestandteil der Show und mit jedem Auftritt festigte er seinen Platz in den Herzen der Zuschauer im ganzen Land. Sein komödiantisches Zusammenspiel mit Carson entwickelte sich zu einem fein abgestimmten Tanz aus Witz und Timing und setzte einen Standard für die Fernsehunterhaltung. Rickles Vermächtnis in der Toe-Night-Show liegt in seiner Fähigkeit, über das traditionelle Talkshow-Format hinauszugehen und jedem Segment Spontaneität und Aufregung zu verleihen. Künftige Comedians und Moderatoren sahen seine Auftritte als Vorbild, um Humor und Persönlichkeit in ihre eigenen Shows einzubringen. Abseits der Kamera spiegelte Rickles Beziehung zu Carson ihre Kameradschaft auf dem Bildschirm wieder, die von gegenseitigem Respekt und echter Zuneigung geprägt war. Carson war für Rickles nicht nur ein Gastgeber, sondern ein vertrauter Freund, ein Vertrauter, dessen Beziehung zu Rickles weit über die Grenzen des Studios hinausging. Die Partnerschaft zwischen Don Rickles und Johnny Carson in der Tonight-Show definierte nicht nur das Late-Night-Fernsehen neu, sondern verkörperte auch die bleibende Kraft des Lachens, der Kameradschaft und der echten Freundschaft in der Welt der Unterhaltung. Wie denken Sie über Ihre Freundschaft? Es ist nicht leicht, einen Freund zu finden, der einen versteht und einen auf jedem Weg begleitet. Wenn Sie auch eine solche Freundschaft haben, teilen Sie dieses Video mit Ihnen. Ihr könnt mir auch in den Kommentaren zu diesem Video von dem Freund erzählen, den ihr in eurem Leben am meisten schätzt. Ich wünsche jedem, der dieses Video anschaut, dass er einen wahren Freund findet. Wir sehen uns in den nächsten interessanten